Facts zum Gruß der Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen News-Folge. Heute geht es mal um die Neuheiten, die beim KRK 2019 und auch danach geteasert wurden. Was gibt es alles Neues und was können wir jetzt in den nächsten Monaten dazu erwarten? Leider gab es bisher noch keine Keynote, wie sonst so üblich ist, wo dann wirklich das Panel vom damaligen KRK 2019 vorgestellt wurde. Aber ich habe mir Mr. Turkelton, einen Podcaster, der aber auch einen YouTube-Kanal hat, schaut da gerne auf jeden Fall mal vorbei, Link dazu ist in der Beschreibung. Den habe ich mir dazu geholt und mit ihm, da er auf dem Event war, einige Infos mal zusammengefasst. Kommen wir zunächst einmal zu den Abenteuern. Zunächst ist Abenteuer Krallenspuren, das wird am 27. Juni erscheinen, wird ein Dungeon-Abenteuer mit 64 Seiten sein und 15 Euro im Softcover kosten. Als grobe Story wird euch das Abenteuer in das Dörfchen Samra in den Tolemidenlanden führen, das trotz seiner eigentlich sehr bedeutenden Lage an den Handelswegen nicht wirklich gastfreundschaftlich gegenüber neuen Leuten ist. Zumindest ist der Aberglaube durch die nahegelegenen Ruinen von Zamora und auch das Misstrauen ziemlich gestärkt. So gilt es für die Helden, diesen Ort und die Mysterien dieses Ortes der Ruinen aufzuklären und somit das Dorf vor einem grausamen Schicksal zu bewahren. Jetzt in Kürze, also in knapp einer Woche, kommt auch das neue Abenteuer Fest der Feinde raus. Das ist vom Genre her eine Intrige mit 64 Seiten und kostet 15 Euro im Softcover. Das führt euch ins Horasreich und zwar in die Küstenstadt Neta. Ihr versucht euch dort als Teil der Oberschicht auszugeben und versucht gegen Vorwürfe der Oberschicht nachzugehen. Außerdem taucht ihr in Intrigen und Feindschaften ein. Wenn ihr eine Heldengruppe habt, auf die das passt, dann könnte das Abenteuer auf jeden Fall das Richtige für euch sein. Jetzt mit ein paar interessanteren Infos, sag ich mal, zumindest größeren, was Abenteuern angeht und zwar die Sternenträger-Kampagne. Schon heiß erwartet von vielen, auch von mir, wie wird es da aussehen, wann wird es losgehen. Und zumindest wurden jetzt schon mal die Cover geteasert und auch die Titel, die es gibt. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und zwar ist das erste der Ruf aus Bahalür. Das zweite heißt der Klang des Feirazal. Der dritte der Abgesang Ometheons. Das vierte heißt das Sturmgeheul von Shuyadur. Das fünfte das Tosen über Lirethena. Und auch der sechste Teil ist schon bekannt vom Namen her, nämlich die Worte von Orima. Allerdings gibt es hierzu noch kein Cover. Aber apropos Cover, ich finde die Cover jetzt auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Und da lässt sich sicherlich einiges auf jeden Fall noch hineininterpretieren. Wo wir zumindest schon harte Fakten haben, das sind diese. Und zwar wird es im August 2019 losgehen. Also wir müssen uns wirklich noch knapp drei Monate gedulden. Und wir können, denke ich mal, damit rechnen, dass entweder auf der Redcon oder eben kurz danach dann der erste Band erscheinen wird. Dann ist es so, dass alle drei Monate ein neues Abenteuer erscheinen soll. Und es gibt insgesamt sechs Bände. Das heißt, diese Abenteuerreihe wird sich wohl über knapp anderthalb Jahre ziehen. Ist auf jeden Fall schon einiges. Wir haben einen 64-Seiter jeweils pro Band. Und das wäre es eigentlich auch schon an Informationen. So viel Neues wurde dazu leider bisher nicht auf dem KKK gesagt. Also es gab wirklich auch dort nur die Cover-Vorstellung. Und wirklich richtige handfeste Infos, worum es gehen wird. Und dazu nochmal storytechnische Aspekte gab es leider nicht. Ich denke mal, dass hierzu in den nächsten Monaten dann einige Infos kommen werden. Was jedoch ein bisschen überraschender war, ist sicherlich eiserne Flammen. Und zwar ist das die Fortsetzung der Splitterdämmerungskampagne, die zu Desaphir eigentlich mehr oder weniger geendet ist. Wobei man sagen konnte, dass es eigentlich nicht ein offizieller Abschluss war. Und dieses Abenteuer soll wohl den offiziellen Abschluss bieten. Der Abschluss dieser riesigen Kampagne sollte eigentlich über zwei Romane von Staaten gehen. Allerdings ist es so, dass der Autor absprang und nach dem ersten Roman dann einfach der zweite Band nicht mehr geschrieben wurde. Und somit wird die Splitterdämmerungskampagne jetzt nicht mit einem Roman noch enden, sondern da eben mit dem Abenteuer. Wie teuer die normale Edition ist und wie viele Seiten wir dann haben, ist bisher ungewiss. Zumindest gibt es auch eine Deluxe-Version, die man auf der Kaiser-Roll-Convention vorbestellen konnte. Die hat 40 Euro gekostet. Ich schätze jetzt mal, wir können damit rechnen, dass vielleicht die normale Edition 25, 30 Euro kostet. Und wir dann eventuell so ein Hardcover-Band kriegen wie Klingen der Nacht mit 96 Seiten. Das halte ich für realistisch. Auch das Spielsystem wird dann nicht DSA 4.1 sein, sondern die Regeln sind auf DSA 5 angepasst. Mit DSA 5 Layout und allem, wie wir das auch gewohnt sind. Allerdings soll es auch so sein, dass wir als DSA 5 Neuling oder DSA 5 Spieler, die bisher nicht diesen Kampagnenzyklus gespielt haben, da auch abgeholt werden. Und für die soll es auch möglich sein, wohl das Abenteuer zu spielen. Es gibt dann wohl eine Vorstory oder so, dass es auch möglich ist, ohne jetzt die wirklich großen Kenntnisse zu haben und die vorherigen Bände komplett durchstudiert zu haben. Auch ein sehr interessanter Aspekt, den ich wichtig finde, sind natürlich die Regionalspielhilfen. Und da wurde ja, ich glaube auf der Redcon 2018 gesagt, dass man innerhalb von 3-4 Monaten immer eine Regionalspielhilfe bringen will. Jetzt haben wir allerdings schon 2019 und bisher ist noch gar keine erschienen. Ich denke, das wird sich auch in kurzer Zeit nicht ändern. Die Torwahl-Reginalspielhilfe, die Torwahl und Gjalska Land umfasst, ist bisher erstmal, denke ich, noch in ferner Zukunft. Ich schätze mal, dass wir eventuell im Herbst oder so in die Richtung den Band erwarten können. Aber es wirkte so, beziehungsweise wurde am Kaiser-Rauh-Kommenden dazu nichts gesagt, dass dieser Band wohl jetzt nicht in den nächsten 2 Monaten erscheinen wird. Allerdings wird wohl mit Hochdruck an dem Band gearbeitet. Sind wir auf jeden Fall mal gespannt, wann das Ganze rauskommt. Denn ich finde, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Region, die im Vergleich zu den anderen Regionalspielwänden, die wir bisher haben, dann da sich schon ein bisschen unterscheidet. Und wie sieht es jetzt aus mit Regel-, Quellenwänden und so weiter? Wir haben ja auch noch das Aventurische Götterwirken 2, das eigentlich kommen sollte. Allerdings ist das wohl auch noch in ferner Zukunft. Dazu wurde bisher noch gar nichts gesagt. Vielleicht wartet man auch auf inneraventurische Ereignisse, bevor man den Band rausbringt. Vielleicht verändert sich irgendwie in der Welt noch stark was, bevor man dann wirklich diesen Band herausbringt. Das könnte natürlich eine Möglichkeit sein. Oder es ist einfach gerade natürlich nicht so viel Zeit dafür da, dass man diesen Band rausbringt. Ist alles ein bisschen fraglich. Auf jeden Fall müssen wir uns da wohl noch ein bisschen gedulden. Bestiarium, Rüstkammer, Herbarium und all sowas. Ich denke, das könnte mal wieder kommen, aber auch nicht in der nahen Zukunft. Und weitere Quellenwände sind natürlich möglich. Ähnlich wie Aventurische Tiergefährten und sowas in die Richtung. Vielleicht könnte irgendwie was kommen, was einen bestimmten Themenkomplex umfasst. Allerdings ist auch da nichts angekündigt bisher. Jetzt noch ein paar sonstige Sachen. Wir haben noch ein Spielkartenset. Und zwar geht es da um Schätze. Also ein Kartenset, was man nehmen kann als Meister. Zieht eine Karte und man findet das und das in dem Dungeon, in der Truhe und so weiter. Da kommt jetzt noch ein zweites Set. Neun Gegenständen im Juni. Dann gibt es das KRK-Abenteuer Hoffnung der Finsternis. Das wurde dort offiziell vorgestellt. Erscheint aber jetzt in Kürze, glaube ich, nicht irgendwie als PDF. Sondern ist auf den Cons wie Redcon Berlin oder der Redcon dann in Limburg der Richtigen erhältlich für die Besucher der Con. Und zuletzt haben wir auch noch Aventurische Magie 2. Das ist jetzt schon raus und zwar in der Taschenbuchvariante. Und ich denke dann natürlich auch in der aktualisierten Version mit Errata. Das Kaiser-Raul-Konvent 2019 ist wieder gut angekommen. Und auch für 2020 wurde bisher der Termin bestätigt. Und zwar ist es der 13.3. bis zum 15.3. im Collegium Glashütten wieder. Also in dem gleichen Austragungsort wie dieses Jahr. Und die Ticketvorbestellung soll wohl frühestens im dritten Quartal 2019 stattfinden. Nun zur Zukunft. Was können wir erwarten? Am Kaiser-Raul-Konvent gab es ziemlich wenige News, muss man tatsächlich sagen. Wo man sagen könnte, okay, das ist jetzt wirklich krass. Das ist jetzt neu. Ich denke, wir können auf der Redcon 2019 wirklich nochmal Neuheiten erfahren. Da hoffe ich zumindest drauf, gerade was jetzt Regeln angeht. Denn bisher ist, abgesehen von den Abenteuern, finde ich zumindest ziemlich wenig, was wir jetzt erwarten können. Da können wir auf jeden Fall mal gespannt sein. Ein kurzes gibt es noch und zwar zur Al-Anfa-Kampagne oder Al-Anfa-Regio. Da wurde gesagt, dass die Regionalspielhilfe zu der Kampagne, die ja auch schon länger ankündigt war, auch erst nach der Kampagne erscheinen soll. Und die Al-Anfa-Kampagne dann auch erst nach Sternenträger. Also da müssen sich die Fans der Region auf jeden Fall auch noch gedulden. Gedulden müsst ihr euch jetzt nicht mehr, denn wir sind hier am Ende des Videos. Falls das Video euch gefallen hat, dann gebt doch gerne mal einen Daumen nach oben. Wir hören uns dann am nächsten Video, Leute. Bis dahin. Ciao.